Hi, ich bin Wolfgang vom E-Berghaus am Johannesplatz in Leipzig und wir sind hier verabredet zum Speed Dating. Speed Dating bedeutet ein Wolfgang, ein Fahrrad, drei Minuten. Es geht los. Wir haben hier das Profete 22 EMS 10, ein eSUV von Profete für bescheidene 2.000 Euro. Das Fahrrad ist ein richtig schönes Tourenrad, mit dem man lange Strecken fahren kann, mit dem man viel Freude haben kann. Was hat das alles? Fangen wir an. Der Motor. Das Fahrrad hat einen Heckmotor. Der Heckmotor ist hier hinten drin, ist extrem kräftig und auch sehr groß. Der Motor wird gespeist von einem Akku mit 614 Wattstunden. 614 Wattstunden ist ein verdammt großer Akku. Mit dem habt ihr sehr große Reichweiten. Bei dem Rad kann man so ein Maximum erreichen von 160 Kilometern. Seid ihr stark, schwerer, seid ihr immer mit Stufe 5 unterwegs, wenn ihr das nicht erreicht, aber 614 Kilometer, 160 Kilometer sind möglich. Das Fahrrad hat Frontlicht. Das Frontlicht hat 40 Lux. Nicht super viel, aber passt schon. Das Rücklicht ist auch hinten dran. Und zwar eine Standlichtfunktion. Das heißt, ihr werdet auch gesehen, wenn ihr stehen bleibt. Die Schaltung ist eine Shimano-Schaltung mit 9 Gängen. Das ist eine Kettenschaltung. Die haben wir hier hinten. Sie ist eine Schaltung, die relativ ideal ist für lange Touren. Auch für kleinere Touren natürlich, aber auf langen Touren werdet ihr viel Spaß mit dieser Schaltung haben. Das Bremsen funktioniert wie hydraulische Scheinbremsen. Hydraulische Scheinbremsen sind sehr schön. Die funktionieren extrem punktgenau. Das heißt, ihr könnt wirklich aus hohen Geschwindigkeiten satt unterbremsen, sehr zügig unterbremsen in Gefahrensituationen und seid damit sicher unterwegs. Warum ist das Fahrrad ein schönes Rad für lange Touren? Es hat zum Beispiel 29 Zoll Räder. 29 Zoll Räder und relativ breite Reifen. Mit diesem breiten Reifen und den 29 Zoll Rädern kommt ihr über Stock, über Stein, kommt ihr super rüber. Es rollt super leicht über alles, was euch im Weg liegt, wenn es nämlich ganze Baustelle sind. Es hat eine sportliche Sitzposition. Ihr sitzt also auf dem Fahrrad nicht wie auf irgendeinem Oma-Rad, sondern ihr sitzt wirklich sportlich drauf. Eher in Richtung Mountainbike. Wer es nicht so sportlich mag, lasst die Finger davon. Aber wer es sportlich mag, ist da richtig. Das Fahrrad ist unheimlich stabil. Der Rahmen ist für 150 Kilo zulässiges Gesamtgewicht ausgelegt. Das ist sehr viel. Die meisten Räder sind so bei 130, 140 Kilo. Dadurch habt ihr eine sehr ruhige Sitzposition. Ihr habt ein sehr ruhiges Fahrgefühl. Ihr liegt sehr stabil auf der Straße und ihr könnt auch einiges an Gepäck mitnehmen, wenn ihr selber zu schwer seid. Von daher, das ist das Profete 22 EMS 10 für bescheidene 2.000 Euro. Bei uns gibt es auch noch öfter Rabatte dazu. Habt ihr Lust auf das Rad? Kommt vorbei bei uns im Jahresplatz, macht eine Probefahrt und habt Spaß mit dem Fahrrad. Wenn ihr von woanders kommt, könnt ihr es bei uns im Onlineshop bestellen. Wenn ihr Fragen habt, greift zum Telefonhörer und wir werden euch die Fragen beantworten. Vielen Dank und viel Vergnügen mit dem Prophet Eweig. Hallo, danke, dass ihr unser Video geschaut habt. Jetzt soll ich euch noch drei Dinge mit auf den Weg geben. Aktiviert die Glocke, abonniert den Kanal und lasst ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Hat euch das Video nicht gefallen, dann aktiviert die Glocke, abonniert den Kanal und lasst ein Like da. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.